Heute gehen wir in die Boulé-Burg in Attighuse. Das ist ein Erlebnisrestaurant im Kanton Uri rund um Boulé. Die Boulé-Burg in Attighuse ist gleichzeitig auch Teil des Burghotels, das ein Gutsstück der Schweizer Landesgeschichte darstellt. In diesem Restaurant sieht es wirklich aus wie eine Burg mit Ritterrüstung, Wappen und mega vielen Geschichten. Das Highlight an der Boulé-Burg sind aber die berühmten Boulé im Körbchen für 22 Franken. Sie werden serviert mit einer einzigartigen Haussauce, die sämig und butterig riecht. Das Boulé merkt man wirklich, ist Top-Qualität und man kann sich entscheiden zwischen Bouléflügel oder einem halben Boulé. Oben drauf gibt es noch ein knackiges halbes Essigkirchen, ebenfalls einzigartig und es gibt noch Tomaten und Salat dazu. Weil man alles mit den Händen isst, gibt es am Schluss ein Tuchli zum Händen abputzen und wir haben für zwei Personen 66 Franken gezahlt. Danke dir vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei der Praktikant.